Und meine Damen und Herren, von uns allen an Sie alle, ein herzliches Willkommen zum vierten Musikfest der Bundeswehr in Düsseldorf. Willkommen! Frau Ministerin, es tut mir aufrichtig leid, dass ich Ihnen die Sprache nicht ersparen kann, von einem Aushilfsforschmann begrüßt zu werden. Aber natürlich möchte ich gerne guten Abend sagen. Unsere Bundesministerin der Verteidigung ist heute Abend hier. Guten Abend, Christine Landbrecht. Frau Ministerin, wenn ich das als Zivilist sagen darf, Ihre Anwesenheit heute Abend ist ein großes Zeichen der Wertschätzung für die Soldatinnen und Soldaten. Das werden Sie nicht vergessen. Danke, dass Sie da sind. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.